ja sehr gut man wurde ja wieder verschoben der multiplayer schade aber egal irgendwann wird es kommen ich nervt langsam das ständige durch die gegend ich will endlich mal ein anständiges biome haben aber dafür sammeln wir ohne ende kies ja man sei doch nicht so laut immer es ist anstrengend hier ja oh gott ein vogelbaum die haben sich gewährt in denen sie sich teleportiert haben war alter spring doch da er hat uns nicht gesehen eins zwei warte weg da es kann sein dass wir hier nicht schlafen können das wäre natürlich blöd aber habe ich gerade kann ich habe kein bett mit so viel machte ich dachte ich hatte noch eins so ja und nach morgen fast hätte ich ja toll währenddessen kann ich ja wieder mal nehmen wir zwei hiervon eine neue schaufel machen na neue schaffel doch so ich habe noch ein bett zur verfügung ich sollte aber wieder schafe jagen mann was meiter ich denke mal kurz was tschuldigung du sauerung jetzt beeil dich so was war knapp ok hier in der gegend kann ich auch nichts bauen weil da wieder der scheiß biome ist zum kotzen schaffe stirb so viel kohle hier ich will aber jetzt weiterlaufen wir gehen da hin wir gehen da hin da ist ja noch mehr da ist was da ist Beep. 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 that is so cool. ist mal gut hier darf sie nicht noch ein schwarzer vogel auf jeden fall da hinten ist normaler normales bio aber da hinten ist auch wieder dieses böse bio da seht ihr es da und da ist ein dorf okay ich hab's gerade gesehen gesehen auf der mini map das sind wieder die mit den dünnen ästen also stemmen die kirchbäume alles klar weiter wir haben dir wieso haben die jetzt den sound das ist nämlich glaube ich das ist glaube ich der sound von von der mod die hatten letztes noch dieses gemacht funktioniert das an die ambiente ambiente nicht kiwi ich lasse das hier alles machen rote beete cool oh gott die kratze ist ausgebrochen aha oh weg 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 da oh man so knochen Eisen Bronze Bronze Das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht Hallo Ihr Idioten Eigentlich müsste ich die Bücher auch mitnehmen Hier ist leider das böse Alter Und jetzt ist erstmal ihre Peitsche raus Was denn? Ich weiß nicht Oh, ähm, ähm, da Ne, warte Da so Schlacke Schlacke Schlacke, Schlacke, Schlacke Schlacke Warte mal, ist es wieder ein langes Lied? Ja, ich mach mal eins weiter Ja Oh, Sadio Belli Ja 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 Hallo Alles klar Eins. Zwei. Drei. Vier. Na, an! So, so, und so, das reicht nämlich. Tja. Hm. Hm. Ne. Doch, doch, war richtig. Erstmal schlafen. Das ist doch der Neue, ne? Ja. Jetzt mach ich das einfach mal so. Schneebeere, die hab ich noch nicht. Ich will Ambient Sound wieder haben. Ähm, die lustige Ambiente. Oh, ich glaub da hinten ist was. Obwohl, ne. Das gehört zum Bio. Oh. Hier könnte man ja auch super bauen. Mann, wie viele Schluchten es hier gibt. Meine Güte. Cooler Wald hier. Der gefällt mir. Hallo, Vögelein. Hallo, Bär. Hallo, Vögelein. Hallo, Vögelein. Ich hoffe, das benachtbarte Biom ist schön. Weil dann würde ich nämlich dann da. Oh, Alter, das sah jetzt gerade brutal aus. Ich sehe schon kommen, da ist ein Meer. Mimi. Mama, Mama, Mama. Mama, 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 Mama. Mama, Mama Mama. Mama, Mama. Mama, ma mama eigentlich schön hier. Ich hab noch nie in so einem Gebiet ein Haus gebaut. Schön hier. Problem ist nur, es ist ziemlich ruckelig hier. Was aber für dieses Biom leider normal ist. Deswegen, nein. Kein Gebiet, wo ich hier hin will. Und wir werden ein Gebiet benötigen, was nicht so ruckelt. Ja, ist ja gut. Mann. Scheiße, hier ruckelt. Find's aber immer noch so. Mach. Schön hier. Oh, würde es jetzt nicht so ruckeln? Ja, ich weiß. Aber vielleicht wird es hier was. Wenn wir jetzt hier noch irgendwo einen See finden. Ich glaube, ich habe eine See gefunden. Warte. Ja, Mann. Hier sieht es geil aus. Hier machen wir eine... Hier hinaus. Erstmal was fressen. Und dann losbauen. Geil aus, echt hier. Nein. Also, was sagt denn die Map? Oh. Die Map sagt, ich bin weit weg. Die Map sagt, da hinten ist was. Ein Haus. Ein Haus. Oh Gott. Mal kurz gereckt. Hm. Oh, warte mal. Okay. Ich will mal hier noch mal ein bisschen weiter rum gucken. Vielleicht machen wir doch in diesem, äh, in dem dichten Wald ein Häuschen. Dann müssen wir aber alles ordentlich, ähm, weit auseinander bauen. Oh, schön hier. Äh. Aber nicht mit dem, wie rum da vorne. Das gerade da angrenzt. Ja. Ja. Ein Tannenbiom. Ich hätte gern lieber ein Fun-Oralter. Na, von hier wohl eher nicht. Alter, da oben ist ein... What the... Fuck, ich muss mal da hin. Ich muss da dringend hin, weil da oben sind jetzt Sätzlinge. Ohne Ende. Das ist nämlich ein Meteoritenkrater. Und der Baum ist, äh, stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Kostenloser, äh, äh, Sätzlinge. Schnell hinter... Aua. Ähm, ja. 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 Alter. Mann! Lass mich da hin! Aua, aua, aua. Alter. Sätzlinge! Ja. Ja. Ah, 13, du meinst. Hier vielleicht. So, einmal Eckbank, dann den da hin. Das war der falsche sogar. Also, das war der falsche. Ah, nein. Oh, nein. Toll. So. Gute Nacht. Sterne. Gute Morgen. Ah. Die süße Freiheit. Keine Sätze mehr zu sehen. Schade. Wahnsinn. Geresses. Gecem. 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 Wow Warte mal Alter, wir haben mal wieder richtig Glück So, seht ihr das da? Das ist hier in diesem Bereich Da ist er ungefähr Ach, da ist er sogar Ein böses Teil Kokosnuss, oh man Haben wir doch schon Menno Dabei hätte ich doch gerne Sowas wie Vanille oder Pfeffer Lecker Pfeffer Den ich bestimmt Bestimmt wieder entschieden muss Hm Aber wir es einfach nicht finden Ich denke ich werde Übrigens mal Also Mal Im Boah Da sind schon viele Kokosnüsse Ups, ich wollte nicht rennen Ich denke mal ich werde im Dingswald Im dichten Wald da Oh, kann ich die abbauen? Ich glaube nicht Nein Ein Gold verschwendet Yeah Und er geht wieder zurück In den großen Wald Dort wo er eine schöne Bleibe finden wird Weit entfernt Von Bösitäten Wie ein Alles Verschlingenden Bio Ach Das ist ein Bär Was um sich schlägt Ein Bär Was um sich schlägt Sowas gibt es nur In After Humans Das ist ein Bär Das ist ein Bär Das ist ein Bär Das ist ein Bär